Hallo Rabbibi, Maschallah, was ist das? Du Hurensohn! Warum wirklich? Rabb, ich hasse dich! Chaos Mod bedeutet, für die, die es nicht kennen, wir versuchen GTA zu spielen. Wir versuchen gleich ganz simple Dinge. Wie einmal mit dem Auto die Insel zu umrunden oder auf den Mount Chiliad zu kommen. Meistens gibt I.N.D. uns eine Quest, die wir erledigen müssen. Oben rechts ist gleich was eingeblendet, wie ihr als Chat mein Spiel beeinflussen könnt. Die Sache mit den meisten Votes passiert im Game. Ihr könnt Wale regnen lassen, mich umbringen, mein Auto despawnen, Meteoriten auf meinen Kopf werfen, quasi alles. Also sämtliche Features, die diese Mod bietet, sind eingeschaltet. Wir starten ganz normal mit der Standard-Start-Quest. Wir versuchen einmal die Insel zu umrunden mit einem Auto und ihr kriegt gleich die Gelegenheit, mich davon abzuhalten. Quest 1 steht da, guck mal. Einmal die Insel umrunden mit einem Bodenfahrzeug und endlich leben. Wie gesagt, Musik übernehmt ihr, Reden übernehmt ihr und Game übernehmt ihr. Geht los. Insel umrunden für mich. Abfahrt. Fucking why? Nicht auf dem Haus, nicht auf dem Haus. Nicht auf dem Haus, nicht auf dem Haus, nicht, nicht kaputt. Hab ich. Gar nix könnte jetzt, shit. Ich umrunde weiter, gar keinen Runde. Warum da landen? Der jetzt auf. Ah, lol, natürlich, weil die mir Drive-Bytes geben. Weg. Muss los. Ich hab fünf Sterne, mit der Kamera. Und drei weiße Tauben im Moor. Okay. Ich hab' kein Problem für mich. Was? Was ist jetzt los? Wart ihr, dass du das mal ge... Oh, God. Shit! Wir haben Hälfte geschafft, trotz fünf Sterne. Was für 30, ich sterbe noch! Da kommt Swat! Und ich fahr' 30! Ach, nee. Was ist denn das denn so ne Scheiße? Nein, das war nur... VR, Bruder! Jetzt ist wieder richtig. Aber ich hab' 0,5 Vehicle Engine. Ich hab' einen Autos. Ich hab' einen Autos. Ich brauch' einen Scheiß-Fahrzeug. Das darf. Bruder, brennende Leoparden! Ja, fuck! Echt, Alter? Also, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Jesus, nicht zum Widerstück! Ja, runter! Außer du im Mond ist die Insel für mich. Dann ist alles gut. Jetzt gleich rechts, Jesus. Und dann links auf dem Highway. Wir müssen einmal im Kreis. Der ist unsterblich. Ich kann nicht einstrengen, weil ich die um mich versammle. Ich über die... Darf ich aufstehen, bitte? Könnt' ihr bitte aufhören, gegen mich zu laufen? Die steigen ein. Oh, wait! Das könnte mein Win sein! Warum habt ihr Licht ausgemacht? Boah, ich zähl! Och, nee. Verdammt, ich brauche dich, ich brauche dich nicht! Ich brauche dich nicht! Das ist ein Mann! Oh, hoffentlich kann man ihn umdrehen. Ich brauche den noch! Oder für mich wie aus so einer Hochzeit bei so 65-Jährigen. Und alle tanzen, die den gleichen Alte-Leute-Tanz. Den, den alle alten Leute tanzen. Nein! Habt ihr Spaß, Chat? Ist euer verfickter Tag! Heute ist Chat-Tag. Nein! Für alle, die sich fragen jetzt, was hier abgeht und warum ist hier so komisch. Heute ist Chat-Tag. Chat übernimmt komplett. Zum einen Chaos-Mod. Mein Gameplay ist komplett beeinflusst durch Chat. Das bedeutet, oben rechts, das was da steht, könnt ihr voten. Und das passiert in-game. Und ihr, ich mach Challenges! Die Eier, die mir stellt. Währenddessen, die Musik könnt ihr beeinflussen. Teuerste Jukebox der Welt. Fünf verschenkte Subs. Hallo, Rabibi, Mashallah, was ist das? Fünf... Du Hurtsohn! Warum wirklich? Rab, ich hasse dich! Er hat F gedrückt einfach. Ich-Ich-Ich wäre so im Kreis geflogen. Ich hätte es so geschafft. Es war Fliegen an. Da war ein Auto, ihr Keks. LLs-Ton verschenkt dir bitte gutes Lied. Bitte, bitte, bitte. Ich hab' doch nach vorne! Ich hab' nicht mehr... Ich komm' da nicht weg! Ich bin die ganze Zeit bei der Hälfte! Lass mich mal rumkommen jetzt! Okay, wenn die nächste Runde wieder mit Kanal-Punkte-Wette machen, ob ich das dann schaffe oder nicht. Weil dann wurden auch ein paar für mich und nicht alle gegen mich. Bitte nicht fünf Sterne, Chat. Bitte nicht fünf Sterne. Bitte nicht fünf Sterne, bitte. Natürlich fünf Sterne! Ich hasse euch. Ich kann mein Weh... Ihr drückt Weh, Chat! Hört doch mal auf! Ich hab' dem VOD gerade auch mal die Musik auf volle Pulle gemacht. Damit ihr auch... ...die VOD-Zuschauer, auch wenn sie andere Musik hören, die volle Experienced haben. Digga, was... ...die haben das... ...halle... ...halle... Samma, bist du dumm? 2000 Jahre später. Finally! I'll see you next time.